Sollte Länder sind wir wieder nach dem Internet dabei blablabla. Hier ist unser schönes Böckchen. Hier ist unser schönes Leuchttürmchen, das anfängt zu spießen. Und holt die weiße Wolle selber von der Kiste raus. Da ist keiner mehr drin, da hab ich mich schon längst holt. Sonst wäre der Ton nur jetzt so hoch und so. Der Ton sieht aus wie ein roter und weißer Pommes. Tja. Alter, kann euch nicht das mal scheren, ich hab mal auch so viel zu fressen. Wir brauchen mehr Schafe. Noch mehr. Noch mehr Schafe oder was? Noch mehr Energie. Woher kommt das? Das war ein Spaß. Ach so stimmt, ja die Folge kam glaube ich heute Morgen. Ich hab sogar nicht geguckt, wenn das irgendwie langweilig ist. Nein, nur doch nicht. Ja. Oder so knapp. Du hast jetzt mein kaltes Schwert in deinem Arsch schwören. Holt mehr Wolle und Bootfach. Wolle reicht, Bootfach schneller an was? Wolle los, hopp. Und holen wollen wir uns doch und wegschwimmen. Ich weiß wie so ist nicht funktioniert, manchmal kann ich nicht aus dem Boot mit normalen Rechtskrieg ausscheiden und es macht dann wenn ich schelle er schiebt recht Kicks macht und kommen sie in der Fall war in der Weise wollen mit uns und wird weil ich denke mal dass sie den Turm nicht viel höher machen würden werden wir sind auf Höhe und wird 3.6 3.6 wenn es nicht wirklich zu wählen Götting hat nur vier weitere Worte Römer 15 dann muss halt warten Zeit hat gerade ein Rotes was sie müssen war auch gebraucht weiter und wir brauchen jetzt noch gleich mal schwarze noch nicht aber ich brauche ich will das so machen so ungefähr wie gronk das umgemacht hat mir ist egal wie gronk das macht gronk konkreten zu kommen nicht oder was wie 4 ich meine die Wolle runter aber das Jahr kommen mit runter ich werde ich da noch nicht wird mir nicht mit runter kommt sondern erst später und das springst du dich nicht weißt du was ich wenn du dich hatte schimpf ist das das sind worgen rote Wolle liegt am Eingang was soll stehen sonst kackt jetzt gleich dann mein kopf wieder ab in einem schöpfen rechtlich macht werden wenn ich das Spiel ist nicht mehr sehen wenn er steht in der Welt mit zwei Prozent alle abhörten sich auch weiße Wolle junge weiße ja die Weißen haben doch gerade erst neu gefressen ich gehe doch schon hin noch mehr Schafe noch mehr selber das heißt meine Kinder mehr und so bringen rote Wolle auch mit nein der rote Wolle ich habe erst 18 das reicht noch nicht 18 ist ein Ring rum das würde genau für ein Ring reichen 18 Wolle was auch gleich mit dem Rumpen dein Hals um den Ring rum nehmen und um den Gürtel mal schauen ich will jetzt bauen ich komme um die die rote Wolle ich komme sie verarschen dort waren wenn du mir die die Begegnung wollen auf der Treppe mal jetzt sie mir jetzt ja mehr die Weißen nein die Weißen ja meine Fressen nein ich möchte jetzt mal den Rumpen und dann bauen die erste weiter bauen die restlichen Weißen wollen hin mach ich doch weil ich ein bisschen ein hat genau gereicht wollte ich sagen er hat genau gereicht ja okay ja ich hab doch gesagt 18 reicht um ein Ring rum sorry das war aus Versehen ja ja passt ich bin ja nicht 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 machen wir jetzt noch zwei weiße Ringe und zwei rote Ringe das heißt ich brauche noch viel weiße Wolle und viel rote Wolle wow darauf werde ich nicht gekommen ich auch nicht du mähe hier schon wieder rum ne äh äh sag doch gleich die Krähen hier wieder rum Krähen die aus dem Ort die ich stecke immer wieder meinen und mit und die in den Arm ab stecken stecken mit dem Mikro stecken in den Arm ich bin auch dass ich sehr schön wieder sehen kann immer aber dann wird er davon anderer Meinung der Böse Wolle Böse Wolle Böse hier und ist das ne ne weiste tu mir bitte einen gefallen und beeil dich alter weißes kleines Babyschaf du bist scheiße ach was macht ihr denn jetzt hier draußen hier fahren euch woher woher wir essen essen kann fahrer 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 jetzt wohl die weiße Wolle du d ich sehe nicht einmal weiter zwei wir haben keine Weitere Wolle gib dir noch einen Weiten ich glaub dann haben die automatisch wieder Wolle oder nein da muss aber so sein irgendwie die fressen viel zu langsam ja du kleines weißes Schaf stirbst du jetzt weil du nicht rein schwarze Schafe musst du immer töten brauchen nämlich überhaupt keine schwarze Wolle hier ja das ist reingeflogen also gut dann auch bringen wir auch mal ein bisschen ähm ein bisschen smooths äh ein bisschen Stormbrick mit und dann bauen die Brücke okay weil wir müssen gleich das Gehege um verlegen und das mache ich dir dann ja ich baue da schon mal hin oh ich hab nur zwei Leben da fuu essen hab ich grad vor ess und vergess ess und vergess äh eineinhalb Strecke sollten reichen mhm kann hinkommen ja da hab ich schon abgelilte hier Moment Hör er de 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 ähhh ich habe jetzt komplett vergessen das ich holen wollte irgendwie also ich wollte das Gehege umbauen Achja hier jetzt auch deine Karte wenn wir nachher erkunden das hier ist ja unsere Erkundungskarte ich baue mal weil solange du Gehege umverlegen tust bei euch mal ja ja du musst hier die Tiere auch hinbringen weil wir müssen hier übers Wasser ne ach mein Gott ja dann baue ich schnell jetzt gleich die Brücke nee nee hier soll das so hin ich muss ja da eh erst ein bisschen wo soll das hin wo soll das Gehege gehen ich muss eh erst noch ein bisschen Erde bauen da hustet jemand im Hintergrund ist das Robin der Robin kommt noch das dauert noch aber der kommt heute auch noch der bringt sein ganz Computer Zeug sind somit und ich meine wenn ich sage alles dann meine ich alles heißt das dass er dann auch mein Kopf heißt das dass er heißt Prämie nein weil wenn wir dann irgendwo drauf kommen kommt er nicht drauf das wäre dann er lassen wir haben was wir gehen zu so spielen hat er denn sie langweilig ich war doch die Dänen der Lohnung der Lohnung der Lohnung Scheiße aber aber das schaffe draußen viel schneller als die Schafe da drin das weiter schnell schönes Schaum ich Stimhaust 9 ich bin hier drüben und bau die Fläche wo das Gehegehen kommt das stimmt ja nicht nicht immer kurz drunter und Bau dann fang mal an gleich die Brücke zu bauen ja du kannst sein er du kannst schon mal die Schafe und alles nehmen und schon mal gleich dann hier hochbringen und bringen wir noch ein bisschen Erde vorbei bitte weil meine Erde geht aus deine kostbare Erde genau eine kostbare Erde kostbare Erde die geht aus 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 der Daube auch da bist du die Flavina hier kriegt statt eine Erde soll ich schnippe ich bringe ich vor die Brücke zum Dings rüber zum Leuchten rüber ja aber bringen wir erst um nein das war ich wollte hier einen Wasserfall machen gestern machen doch ich habe ja nur den See überdeckt ich habe ja nur den See überdeckt das Wasser ist ja an sich noch da okay dann mache ich das jetzt okay gut dann können wir jetzt hier ähm schon mal alles ich brauche schon mal den Zaun Jo Wasser Marsch ich weiß welche wir drauf können machen können welchen Mod Jamies Furniture Mod da gibt da da der fügt Möbel und alles in Minecraft hinzu stimmt der ist schön der ist schön ja der ist auch da ist auch nicht so schwer zu craften und der fügt jetzt auch neue Gartensachen hinzu das heißt richtige Hecken so einfache Steinplatten also das heißt so kleine Steinvierecke auf dem Boden also als Weg so Art ich glaube den mache ich gleich mal drauf wie wärst ja dann können wir nach dieser Folge drauf macht ihr merkt denn wir haben einen sehr lang erhaltenes Projekt hier weil wir uns immer wieder kack neue Ideen einfach nur wird halt scheiße wenn man sich dann an die Möbel gewinnt und wir den Fönscher mal drauf tun brauchen müssen wollen tun wenn wir eine andere mal drauf tun nö der Fönscher wird dann Standard Mod wenn der Mod den der drauf kommt nicht er machte mir noch ein paar Zeune bitte ein paar Zeune reicht auch und bringen ein paar Setzlinge mit bitte ich muss jetzt jemand Baum anzünden gerade und wenn wieso zuerst du bei mir gehört damit hier nein so ein Stück von einem großen Baum da dass das weg geht so ach so mehr ich habe alles dabei dann muss hier nur schnell aufpassen dass das nicht auf den anderen Bauern über drei also ich lehne da der ganzen wie viele zwei 22 nur das reicht nicht und ich hab acht zwanzig Sitzlinger durch hier ein Baum jetzt nur so alle schweck das ist gut weil ich will hier drin mal ein paar Bäume äh hast du noch Baumhiel also Knochen ok dann müssen wir die einfach alle mal so wachsen lassen ok ähm ich brauche noch einen Zaun ne hier neben ist schlecht äh wo wollen wir denn das Zauntor hinbauen weil wir müssen die Schafe ja ach ich wir bauen das einfach hier hin mach ich hier noch ein bisschen Terraforming so 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 guck hier oben bauen wir uns das jetzt hin so das sieht so hässlich aus warte ich sechst gleich zu ja hier das sowieso äh meine Erde ah nee hier ist noch Erde so nur ok dann würde ich jetzt mal zu dir sagen du holst mal ähm die Schafe her ähm hab ich vielleicht noch ich hau dich oben nochmal schnell also hier oben hast du jetzt zwei Plätze ich will dann auch noch schnell ähm also hier ein Schaf im Anmarsch ich bin jetzt alle ein echt nur nein 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 muss die schon alle auf einmal bringen äh das wird der Volk aus passt schon aber irgendwie kriegen wir sie alle rein alle hier lang wir alle alle da wie eine Massenhörder an dann schaut alle hier lang der Zutaten der Zaunfahrung macht äh ich brauche hier nur einen sich Depp ich sehe wie das Schafe abhauen ist nicht gut oho wie das auch sieht Alter Schaf 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 da unten im Wasser sind sauviele und hier sind auch sauviele gerade ne du hast nur zwei von 20 irgendwie bekommen ja hallo oh du legst die voll ab hier lang ich hab's hallo hier lang dann halt nicht ja genau folgt mir sehr gut hier decken wollt ihr mir auch folgen hallo hier lang ja genau schieb du die rein ich schieb die aber ich muss die auch einmal aber wenn ich die schlage äh soll ich jetzt Zauntor hinbauen ja jetzt ist ein Zauntor da das heißt die können nicht abhauen du musst jetzt gleich alle durch das Zauntor kriegen ja guck mal ich bring mal grad noch ein paar mit du hättest mir vielleicht auch mal ein Weizen geben können ich wäre vielleicht nicht so schlecht gewegt komm her dann gibt's damit ich die hier drin mal ein bisschen verteilen kann guck mal ich sneak her und die sind erstmal genauso schnell wie ich hab obwohl ich nicht sneak her der sieht doch wirklich so aus als er mit dem äh äh dings not da ist mal her alle hier lang jetzt hast du sie alle abgelenkt äh lol hier unten ist eins ha ha guck mal hier unten ist so ein kleines drin ist das drin und außerdem du hast das Weizen wieder ähm aufgesappelt werfen wir mal eins hin alle hier lang ihr Deppen alle hier lang wir haben sie wenigstens auch ein größeres Gehege da können sie mehr essen hier lang hier lang äh wo muss ich die Brüche hier lang hier lang hier hier lang alle rein komm schon hallo 1 1 nur noch die anderen Prozent Prozent warte mal alle Prozent weil ich war schon hier übrigens mal die die draußen sind rein ich sammle die alle die vier grad sind damit alle manchen ja genau bringe alle die draußen sind schnell weil lange ich bin jetzt mal ich bin jetzt mal kurz auf gar für ungefähr fünf Minuten am besten machen wir am besten wäre es wenn wir das ja alles jetzt aufs Bühne machen das jetzt mal stopp macht es ja geht ja 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 weil das ist echt scheiße wenn wir so 10.000 von gehen wir dann ein guter Mann das ist auch so die 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 die